Der langer Schulweg führte vorbei am Muttis Karottenbeet. Wir Kinder konnten es kaum erwarten, bis sie reif waren im Muttis Garten. Dann gingen wir uns die Leckerbissen holen. Tagtäglich haben wir welche gestohlen. Am Bach wurden sie von uns gewaschen, um sie auf dem Schulweg zu vernaschen. Mutti konnte es einfach nicht fassen, warum die Karottenernte so nachgelassen. Rätselhaft, einfach nicht zu verstehen, war doch keine Spur von einer Maus zu sehen.